Willkommen zu einem Vlog übers Vloggen. Ja, wir machen ja jetzt schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit sechs Jahren machen wir YouTube und ich glaube, sieben Jahren machen wir YouTube und es gab noch nicht einmal ein Video bei uns auf dem Kanal, wo wir einmal wirklich so komplett gezeigt haben, mit welchen Kameras wir die Videos erstellen, wie wir das alles hier machen, was wir dabei haben und deswegen dachten wir es an der Zeit, dass wir einmal die Premiere hier feiern und einmal ein Video machen. Das ist unser Vlogging Setup. Direkt vorab gesagt, das ist kein Video, das beste Vlogging Setup 2023, das ist ein Video, unser Vlogging Setup 2023. Das Ganze könnten wir jetzt hier drin an den Tisch machen, euch die ganzen Kameras hochhalten, stattdessen haben wir aber gedacht, wir nehmen euch einmal mit raus in die Stadt und machen einen Vlog übers Vlog. Und das ist in unseren Rucksäcken, wenn wir an einem Tag vloggen. Daniel hat einen Kamerarucksack von Wondert mit 31 Liter und an der Seite hat er immer unser Handstativ, den Switchpod, aber dazu kommen wir noch gleich. Das Coole, den Rucksack kann man komplett aufklappen und hat geordneten Zugriff auf alles, was man drin hat und die Einteilung kann man mit Klettverschlüssen individuell selbst einrichten, wie man es braucht. In Daniels Rucksack ist dann immer eine von unseren zwei Kameras, eines von unseren zwei Mikrofonen, die GoPro und noch Kleinkrams, der unterwegs nützlich sein könnte. An der Seite ist ganz praktisch eine Öffnung, wo man Ersatzakkus verstauen kann und schnell drankommt. Wir haben immer einen Akku in der Kamera und zwei weitere Ersatzakkus. Gleichzeitig ist es auch eine Öffnung für einen schnellen Kamerazugriff. Und oben in dem kleinen Fach ist unser Speicherkarten-Case mit ein paar Speicherkarten. Ich bin mit dem Brevity Jumper Regular unterwegs. Der hat nämlich auch ein Kamerafach, zwar ein viel kleineres, aber dennoch ausreichend und auch mit schnellem Zugriff, wo dann unsere Vlogging-Kamera drin ist, unser zweites Mikrofon und ein Handy-Stativ, das praktisch ist für Aufnahmen mit dem Handy halt, also ob für Reels oder für Stories. In dem leeren Fach hier ist normalerweise eine Musikbox drin und eine Pouch mit Adapter, Kabeln etc., aber das lasse ich dann natürlich alles in der Unterkunft. Und praktisch über dem Kamerafach ist noch ein schmaleres Fach, wo ich dann meist ein Notizbuch drin habe, meine kleinen Kopfhörer und auch Ersatzakkus für die Vlogging-Kamera. Oben im Fach ist dann immer eine Powerbank drin, wenn ich das Handy viel für Stories nutze am Tag und mein Tangle-Teaser. Und damit Hallo aus Bangkok! Ja, aber das Video ist kein Bangkok-Vlog, sondern wie gesagt ein Kamerablog und direkt vorab, hier in der Ecke werden wir immer einblenden, mit welcher Kamera wir genau das filmen, was ihr gerade seht. Und unten werdet ihr dann alle Links finden zu allen Sachen, die wir vorstellen. Und jetzt starten wir richtig rein, jetzt fangen wir an mit der Kamera, mit der wir hier gerade filmen, unsere Vlog-Kamera. Ja, und zwar ist das die Canon EOS RP und wer in den letzten Videos dabei war, der wird wissen, dass es unser Neuzugang ist, weil wir die alte Kamera mit Meerwasser versenkt haben und eine neue Kamera brauchten. Und das ist eigentlich so die Kamera, die Anja meistens dabei hat. Warum und wieso diese Aufteilung mit den Kameras bei uns ist, da kommen wir aber später noch dazu. Direkt ein großer Grund war, warum wir die Kamera genommen haben, dass es eine Vollformat-Kamera ist. Das bedeutet einfach, dass der Sensor größer ist und das sind meistens eigentlich immer so die professionelleren Kameras, die haben diesen größeren Vollformat-Sensor. Und das heißt einfach, dass die Kamera A besser ist in schlechten Lichtverhältnissen, B durch diesen größeren Sensor, auch dieser komplette Bildausschnitt generell größer ist. Also das, was ihr seht, hängt aber auch noch mit dem Objektiv gerade zusammen. Tiefschärfe, also das heißt, ich bin ja jetzt scharf, der Hintergrund ist unscharf. Das wirkt bei Vollformat alles ein bisschen sauberer, weicher und irgendwie so ein bisschen ausgedehnter. Das Coole ist, dadurch, dass es Vollformat ist, dass es wirklich echt eine recht professionelle Fotokamera auch ist und wir gleichzeitig mit der Kamera zusätzlich auch noch für Blog und Instagram richtig gute Fotos machen können. So, jetzt kann man sich fragen, warum habt ihr jetzt trotzdem gerade die Kamera genommen, weil Vollformat haben ja noch andere Kameras. Tatsächlich ist das aktuell die günstigste Vollformat-Kamera, die man auf dem Markt findet. Und das war in dem Punkt, war es auch ein bisschen so eine preisliche Entscheidung, warum wir die Kamera gewählt haben. Einen Abstrich müssen wir mal machen mit der Kamera, direkt vorab gesagt, dass sie 4K, ist das jetzt nicht der absolute Hit, die Kamera. Die kann zwar 4K aufnehmen, aber wenn man 4K aufnimmt, dann spielt der Sensor eigentlich keine Rolle mehr, weil sie zoomt ein bisschen rein und der Autofokus ist nicht mehr so gut. Ist uns aktuell aber egal, weil 4K einfach so viel Speicherplatz wegnimmt bei den Aufnahmen, die wir machen. Und ja, wir gerade überhaupt nicht die Kapazitäten haben, diese ganzen Vlogs, die ganzen Videoaufnahmen irgendwie in 4K alle unterzubringen. Unabhängig davon, welche Kamera, besonders drei Sachen sind uns wichtig und wenn eine davon nicht abgedeckt ist, würden wir uns eine Kamera nicht als Vlogging-Kamera holen. Das eine ist so ein Klapp-Display. Jetzt kann man meinen, ja gut, hat mittlerweile jeder Kamera, aber je nachdem, in welchem Preissegment man ist, hat nicht jede Kamera so ein Klapp-Display. Das zweite ist Stabilisierung, also das, wenn wir jetzt gehen, meistens gehe ich so in diesem Tempo, wenn ich mit euch quasi, dass es nicht zu krass wackelt, weil es sonst fürs Auge echt nervig wird irgendwann und wir hatten solche Kameras vorher. Liegt jetzt auch ein bisschen an dem Weitwinkel, dass es nicht so heftig wackelt, aber eben auch an der Kamera, weil die eine digitale Stabilisierung hat. Und das dritte ist ein guter und schneller Autofokus, dass, wenn der Daniel jetzt einfach mal so reinkommt, ich dann sagen kann, hi Daniel, willst du was sagen? Er ist fokussiert und dann kann ich wieder auf mich setzen oder wenn ich euch die Skyline zeigen will und ich drauf tippe, ist die Skyline scharf und dann tippe ich wieder auf mich und ihr seht wieder mich. Und dieses Rechteck, was ihr hier seht, auch mega wichtig, Gesichtserkennung, dass ich mit meinem Gesicht hingehen kann, wo ich will und er trackt mich und ich bleib die ganze Zeit im Fokus. Also diese drei Sachen müsste das für uns abgedeckt haben. Wenn eins davon fehlen würde, würden wir uns eine Kamera nicht holen zum Vloggen. Aktuell ist in der Liste nicht 4K, wie Daniel gesagt hat, wegen Speicherplatz und so. Deswegen fanden wir es bei der Kamera jetzt nicht so schlimm, dass das mit dem 4K nicht ganz so geil ist, wenn man es dafür nutzen will. Das Objektiv, was wir eine Kamera nutzen, das ist eine 16mm Festbrennweite mit einer 2,8er Blende. Festbrennweite bedeutet, dass der Bildausschnitt, den ihr jetzt hier gerade seht, der ist fix. Also wir können nichts daran ändern. Wir können weder rein noch rauszoomen, was für uns aber völlig okay ist, weil das ist ja sozusagen unsere Vlogging-Kamera. Und wir haben noch eine andere Kamera, wo wir auch einen Zoom mit drin haben. Deswegen können wir hier einfach diesen fixen Bildausschnitt haben. Hätten wir nur eine Kamera, dann würden wir aber auf jeden Fall darauf achten, dass das Objektiv, was darauf ist, zumindest einen kleinen Zoom hat. So, jetzt hat das Objektiv für uns aber drei Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist dadurch, dass der Ausschnitt so weitwinklig ist, müssen wir die Kamera nicht so super weit von unserem Gesicht weghalten. Also ihr seht jetzt gerade das Bild, so wie ich euch jetzt hier gerade weghalte. Und wir blenden jetzt mal ein anderes Bild ein von unserer alten Kamera, wie es früher der Bildausschnitt ausgesehen hätte mit dem alten Objektiv. Und jetzt gerade ist es einfach, wenn ich euch so weit weghalte, wie ich gerade kann, dann guckt mal, wie viel ihr von dem Hintergrund seht. Und das ist für uns halt besonders, wenn wir gerade auf Reisen sind und euch zeigen wollen, wo wir gerade sind, ist es halt super praktisch. Und gleichzeitig, wenn ich euch jetzt sehr nah an mein Gesicht halte, seht ihr immer noch was von dem Hintergrund, obwohl ich gerade eigentlich fast mit meiner Nase euch hier auf dem Objektiv streichel. Vorteil Nummer 2, wenn man zu zweit unterwegs ist und zu zweit vloggt, dann ist es super easy, auch zu zweit ins Bild zu passen. Was vorher nicht so easy war mit dem Objektiv und der Kamera, die wir vorher hatten, da mussten wir uns immer ein bisschen so ranquetschen. Es war ein Gequetscher, ja. Sieht man beide. Also ein Weitwinkelobjektiv können wir sagen, ist auch ein Pärchenobjektiv. Ein Pärchenobjektiv, ja. Und der dritte Vorteil, vielleicht habt ihr es gesehen, das Objektiv ist einfach mega klein und dadurch ist es auch mega leicht. Und vor allen Dingen, erstmal auf Reisen ist es cool, dass der Rucksack oder das Handgepäck nicht so schwer ist, wo die Kamera drin ist. Und gleichzeitig, man hält beim Vloggen ja so eine Kamera auch mal relativ lange vor sein Gesicht. Und da ist es ganz cool, wenn das Objektiv nicht so viel wiegt. Den Teil haben wir übrigens gerade hier in dem Bencha Kitty Park aufgenommen. Richtig schöner Park mit einer coolen Skyline im Hintergrund. Jetzt gehen wir aber mit euch zur Straße, weil es jetzt um das Thema Mikro und Ton geht. Der Härtetest. Bangkoks Straßen. Das ist das Mikro, was wir nutzen. Haben wir zweimal das Mikro für beide Kameras. Das ist das Rode Video Micro. Also erstmal dieser Puschel, den ihr gesehen habt, der ist dafür da, dass Windgeräusche, dass die ausgeblendet werden. Dass man nicht so hört, wenn irgendwie Wind in der Ecke ist. Und was das Mikro macht, das ist ein Richtmikrofon. Das ist jetzt in dem Fall gerade auf mich gerichtet. Und alles, was hinter euch ist, also in dem Fall der Verkehr, der wird hoffentlich, gerade so gut es geht, ausgeblendet. Deswegen achten wir auch immer drauf, wenn wir Videos aufnehmen, dass wir uns so hinstellen, dass die Geräuschkulisse hinter euch ist. Und dass ihr unsere Stimme gut hört. Weil wenn ich mich jetzt hier einmal umdrehe, dann, jetzt gleich kommt wieder ein Moped vorbeigefahren. Das ist jetzt gerade eine Rotphase hier, wie ich hier stehe. Das sind auf jeden Fall die Geräusche vom Verkehr, dass sie halt viel mehr hier gerade reingehen in das Mikrofon. Ob wir jetzt irgendwo am Meer stehen, ob es ein Verkehr ist, ob es, keine Ahnung, irgendwo gerade Musik gespielt wird. Dass wir dann immer gucken, dass die Geräuschkulisse hinter euch ist. Ja, und hier einmal der Mikrohärtetest. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem, weil ich bin ja mitten im Verkehr vom Balkon drin. Und genau für solche Zwecke haben wir halt das Mikro, dass man hoffentlich mich gut hört. Obwohl ich hier zwischen Tuktuks, zwischen Autos und zwischen allen möglichen Leuten und Streetpoständen rumlaufe. Aber das einmal als kleiner Toncheck, was das Mikro kann. Wir haben das Mikrofon jetzt einmal abgestöpselt. Und wie ihr seht, ja, man hört mich trotzdem. Aber jetzt ist gleichzeitig, ist es nichts rausgefiltert, so wirklich, ist alles gleich laut. Man kann damit anfangen, ohne Mikrofon zu vloggen. Aber tendenziell, wir würden nicht mehr verzichten auf Mikrofon. So, Mikro wieder eingestöpselt. Und was haben wir gesagt? Wir drehen uns immer weg vom Verkehr. Es ist günstig, es kostet knapp 40, 50 Euro. Super klein, auch wegzupacken. Startet automatisch, was für uns ein großes Learning war. Wir hatten damals Mikrofone, die musste man selber einschalten, zusätzlich zur Kamera. Und natürlich haben wir es oft vergessen. Beim Schneiden merken wir gerade, dass wir wohl vergessen haben, das Mikro anzumachen. Deswegen synchronisieren wir jetzt einfach mal. Und haben noch einen Kaffee mit Bier im Angebot gefunden. Servetzer. Von Marrakesch nehmen wir dann den Zug noch fest. Tickets haben wir zwar noch nicht. Und es hat keine extra Batterie. Es gibt auch Mikrofone, da muss man noch extra die Batterie aufladen. Und da haben wir auch den Aufwand klein gehalten. Einfach einstöpseln, Kamera an und los. So, und das Ganze, was wir euch jetzt gerade vorgestellt haben, das steht alles auf einem Handstativ. Also generell ist ein Handstativ mega praktisch. A, es ist angenehmer so zu halten, als die Kamera irgendwie so zu halten. Zum Zweiten kann man das nochmal ein Stückchen weiter weghalten, als wenn ich nur die Kamera halten würde. Und zum Dritten nimmt es nochmal ein bisschen Stabilisierung rein, weil das Gewicht halt so ein bisschen abgefedert wird. So, jetzt gibt es verschiedene Handstative auf dem Markt. Wir haben uns für den SwitchBot entschieden. Das Geile hieran ist aber jetzt, Grumps, man kann es super schnell aufklappen, hinstellen, reinquatschen wie man will. Und wieder zuklappen und wieder in der Hand halten. Und vor allem, es ist schön dünn, also auch mega zum Einpacken und fürs Reisen. Und das schließt dann unser gesamtes Vlogging Equipment ab. Also hiermit vloggen wir ausschließlich, außer wir machen nochmal Fotos oder Aufnahmen für Weitwinkellandschaften. Aber die ganzen B-Roll-Aufnahmen, also sprich die ganzen cinematischen, schönen Aufnahmen zwischendurch, die wir so machen und mit Musik unterlegen, das machen wir nicht hiermit. Das machen wir mit der Kamera. Das machen wir mit der Kamera. Vlog-Kamera, das ist eher so Anjas Baby. Die ist auch bei Anja im Rucksack drin und sie hat die Vlog-Kamera eigentlich immer primär in der Hand. Und das hier, das ist mein Baby. Das ist die Canon EOS R. Das ist die Kamera, mit der ich eigentlich immer rumlaufe, wenn wir draußen gerade Content machen. Es ist sozusagen der große Bruder von der Canon EOS RP. Und ohne jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, runtergebrochen kann sie all das, was auch die Canon EOS RP kann, also unsere Vlogging-Kamera, nur alles nochmal ein bisschen besser. Und weil die Qualität von allen ein bisschen besser ist, ist das auch die Kamera, die wir primär nutzen für Fotos. Also sowohl für Blog, für Instagram oder überall da, wo wir Fotos brauchen. Und es ist die Kamera, wo wir sozusagen die cinematischen Aufnahmen für die Videos machen, wo wir sagen, okay, hier kommt es uns besonders nochmal drauf an, dass die Qualität ein bisschen cooler ist von den Aufnahmen. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, wenn doch die Kamera besser ist als die andere, warum nutzt ihr die nicht auch zum Vloggen? Deswegen. Das, was hier unten dran ist, das ist ein Canon 24-70mm Objektiv mit zwei Achterblende. Das Objektiv ist saugut, aber auch sauschwer. Also wenn man das zum Vloggen nutzt, der eine oder andere hat vielleicht die Oberarme. Wenn wir das Ding aber hochhalten, so nach 30 Sekunden fangen wir so ein bisschen an zu zittern. Und deswegen haben wir fürs Vloggen auf jeden Fall ein leichteres Equipment gewählt. Aber wie gesagt, die Qualität ist mega und wenn man es so nutzt für Fotos oder auch um B-Rolls zu machen, ist das Gewicht auch eigentlich kein Problem. Natürlich klar, wenn man auf Reisen ist, ist auch der Rucksack ein bisschen schwerer mit dem Objektiv. Manchmal nutzen wir es aber auch für, wir nennen es Vlogs, aber eigentlich sind es so diese Redevideos, wo wir zu Hause die Kamera auf so ein Stativ stellen, wo wir die Kamera nicht halten müssen. Für mich war es aber super lange ein Wunschobjektiv. Irgendwie es stand drei, vier Jahre auf meiner Wunschliste, weil es auch wirklich nicht günstig ist. Das Coole ist auch, dass es einen Winkel hat. Wenn es eingefahren ist, ist das Bild so recht weitwinklig. Und man hat trotzdem aber noch einen Zoom-Bereich, der eigentlich so für alle Sachen so im Alltag eigentlich reicht. Vor allen Dingen uns ist es persönlich auf jeden Fall wichtig, zumindest eine Kamera zu haben, wo ein bisschen Zoom dran ist. Also allein, dass man mal irgendwelche Perspektiven einfangen kann, wo man jetzt vielleicht besonders auch bei Personen ist, nicht direkt mit der Kamera vom Gesicht stehen möchte, sondern vielleicht einfach ein bisschen aus dem Hintergrund, mit ein bisschen Abstand die ganze Szene filmen kann. Warum der Zoom auch praktisch sein kann? Wenn man Tiere wie zum Beispiel Warane sieht und man nicht so nah ran möchte, um sie zu filmen, wir sind hier nämlich gerade im Lumpini-Park, übrigens einer der bekanntesten Parks hier in Bangkok. Und der hat ja auch so eine Wasserfläche, wo Warane drin sind. Und die können klein sein, aber die können auch recht groß sein. Hier sind auch Schilder. Und dann ist es praktisch, einen Zoom zu haben. Und genau das zeigt eigentlich auch und beantwortet die Frage, warum wir überhaupt mit zwei Kameras reisen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wenn man YouTube und Blog und so macht, dass man zwei Kameras braucht. Als wir das Ganze gestartet haben mit YouTube und auf der Weltreise, hatten wir auch nur eine Kamera und das ging klar. Das Ding ist aber, wenn zwei Leute so gerne Fotos und Videos machen, dann ist das immer so Schlange stehen gewesen. Dann war es so, bis jetzt fertig, kann ich jetzt auch mal. Und dadurch, dass wir jetzt zwei Kameras haben, ist es auch noch super effizient geworden, weil wir alles irgendwie parallel machen können. Während ich hier mit euch quatsche, weiß ich, dass Daniel im Hintergrund dann die passenden Aufnahmen dazu macht. Und ich weiß dann auch, auf dieser Speicherkarte sind alle Redeanteile, auf der anderen Speicherkarte sind alle schönen Aufnahmen sozusagen, wo Daniel euch die ganze Umgebung in schön zeigt und so hat sich auch so eine Aufgabenteilung eingeschlichen bei uns, dass dann klar ist, sobald wir so einen Tag machen, wo wir vloggen, dass jeder weiß, cool, ich fokussiere mich auf schöne Aufnahmen, auf die Fotos, ich fokussiere mich aufs Vloggen und ein bisschen die Storyline an so einem Vlog. Dann macht es das Ganze auf jeden Fall entspannter, wenn ich beide an alles gleichzeitig versuchen zu denken. Und eine Art technischen Vorteil hat es auch noch. Wir haben nämlich direkt zwei Setups, die ready to go sind, wo wir nicht noch Objektive wechseln müssen oder so, sondern diese Kamera ist ready zum Vloggen und die andere Kamera ist ready für coole Fotos. Oh, da ist eine Schildkröte, hast du die auch gesehen? Jo, da ist übrigens auch ein Tipp, wie wir das Handy nutzen, wenn wir mal weiter reinzoomen müssen, weil das Handy einfach, kommen wir gleich zu. Manchmal vloggen wir auch mit dem Handy, aber wie ihr hört, ist das mit dem Ton nicht ganz so geil. Also es gibt zwar Mikros für Handys, aber das nutzen wir jetzt nicht und vloggen lieber mit der richtigen Kamera. Wann wir aber mit dem iPhone vloggen, das ist in bestimmten Situationen und eine davon ist, wenn wir zum Beispiel in der Stadt sind und so ganz smooth Aufnahmen machen möchten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Qualität der Handys aktuell ist so mega gut geworden. Vor allen Dingen auch gerade, also wir nutzen beide ein iPhone 14 Pro, der Kinomodus von dem Handy, das ist abgefahren gut. Eine Zeit lang haben wir sogar überlegt, bevor wir uns die neue Kamera geholt haben, ob wir nur noch mit dem Handy vloggen sollen. Haben dann aber gesagt, okay, man merkt doch noch einen Unterschied, ob es jetzt mit Handy oder mit einer Kamera aufgenommen ist. Und das wäre auch irgendwie schade, wenn man es dann nicht mehr merken würde. Aber wenn uns aktuell jemand fragt, was brauche ich denn, um anzufangen mit dem Vloggen, würden wir aktuell sagen, ey, hol dir erst ein aktuelles Handy oder nutz dein Handy, was du gerade hast, weil die Qualität ist so gut und dann guck, ob es dir liegt und wenn ja, dann kannst du dir immer noch eine Kamera holen. Dann gibt es aber auch Fälle, wo wir sagen, okay, jetzt nutzen wir explizit das Handy und sind mega froh, dass wir es haben. Ein Fall habt ihr gerade gesehen, das Handy ist unser Gimbal-Ersatz. Also wir kriegen öfters mal die Frage, was nutzen wir für ein Gimbal? Das iPhone ist unser Gimbal. Das heißt, immer wenn wir bewegte Aufnahmen machen, also wenn wir beide über die Straße laufen und einer filmt den anderen und läuft dabei, dass es dann hinterher nicht wackelt, weil hätten wir keine Stabilisierung, dann sähe das ungefähr so aus, wenn man das filmen würde. Also Schritt für Schritt wird man sehen. Und auch Aufnahmen, wenn wir auf dem Moppet sitzen, dass man mit dem Handy filmen kann, da holen wir die Kamera gar nicht mehr raus, weil wir wissen, dass es damit nur verwackelt wäre. Fall Nummer zwei, wo es nicht auffallen soll. Das Handy ist dann praktisch unser Inkognito-Modus, weil wir hatten schon so oft den Fall, gerade am Flughafen, und dass dann irgendwann so ein Mitarbeiter gekommen ist und gesagt hat, nee, nee, pack mal weg die Kamera. Wir sollten auch schon mal die Aufnahmen löschen an dem Flughafen. Wir hatten da so diverse Gespräche mit ein paar Sicherheitsmitarbeitern und die haben dann hinterher ein bisschen unser Rohmaterial durchgeguckt und mussten wir einmal alles aus dem Flughafen löschen. Und da ist es mega einfach schnell, das Handy rausholen zu können und damit filmen zu können. Unter anderem auch ein Grund, warum wir die komplette Anreise Anfang des Jahres von Düsseldorf nach Malaysia komplett mit dem Handy gefilmt haben. Fall Nummer drei, Zoom. Das ist echt ein Ding, das hätten wir selber nicht gedacht, dass man mit dem Handy so krass weit zoomen kann und die Qualität auch noch gut ist. Unsere Objektive habt ihr ja gesehen, die haben alle keinen krassen Zoom und wenn wir mal wirklich irgendwo ran wollen, dann nehmen wir das Handy und hier ist ein Beispiel von Langkawi, wo so Nashornvögel in so einem Baum versteckt waren und wir waren so weit einfach weg von diesen Vögeln und mit dem Handy haben wir die einmal so komplett vollflächig einfach drauf bekommen. Fall Nummer vier, wenn wir keine Kamera dabei haben, dann nutzen wir das Handy, weil, ganz weiser Spruch, die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Manchmal müssen wir auch ehrlich sein, wenn wir die große Kamera schon weggepackt haben und nicht mehr alles aufbauen wollen mit dem Mikro, dass wir einfach schnell das Handy rausnehmen. Vor allen Dingen Situationen, wo man denkt, die sind gleich vorbei, ist es mega, das Handy dabei zu haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Smooth! Tatsächlich die Kamera, die wir am wenigsten nutzen, das ist die GoPro. Eigentlich hätten wir gedacht, dass wir sie viel öfter im Einsatz haben, gerade auch für so Aufnahmen wie mit dem Moped, die hier im Video waren, weil sie eben auch so super stabilisierte Aufnahmen machen kann. Aber wir haben das Handy einfach hardcore unterschätzt. Und deswegen nutzen wir die GoPro eigentlich immer dann, wenn es irgendwo nass wird, wenn es irgendwo mal staubig wird und immer so Situationen, wo man sagt, okay, so die große Kamera oder die anderen Kameras, die möchte ich da jetzt nicht mit in die Situation bringen, weil sie sonst im Zweifel kaputt gehen können. Und natürlich ganz klar, wenn wir irgendwo schnorcheln oder tauchen gehen, dann ist halt die GoPro die Unterwasserkamera, die wir nutzen. Dafür würden wir sie auch nicht missen wollen, weil sie sich tatsächlich super wenig Platz wegnimmt. Hier aber direkt vor Abend ein Tipp. Das Ding, was hier unten dran ist, das ist nicht einfach nur ein Stativ, um das zu halten, sondern das ist ein Floater. Mit so einem Floater muss man sich zum Beispiel keine Sorgen machen, wenn man die einfach mal so wegwirft, dass die Kamera irgendwo untergeht. Hast du die gefangen? Ja! Wenn man die Kamera einfach mal so wegwirft, dass sie irgendwo untergeht. Hat sie! Ah ne, hier nimmt auch noch auf. Da steht ihr gerade. Seht ihr, das könnten wir jetzt nur mit der GoPro, oder? Hier, hier steht ihr gerade. Ja, da haben sie dir die 400 Euro gelohnt. Hahaha! Okay, der Teil kommt jetzt auch für uns überraschend. Eine Drohne war in diesem Video eigentlich nicht geplant. Als wir aber zurückgereist sind, war Amazon Prime Day. Das kleine Ding war im Angebot und wir sind wieder Besitzer einer Drohne. So, und deswegen schieben wir den Teil ja einmal ganz aktuell in dieses Video rein. Und damit ist das Video auch eigentlich wieder live, würde ich sagen. Ja, das ist eine DJI Mini 3 Pro. Daniel möchte sie Mini Lenny nennen, ich weiß noch nicht. Wir hatten vorher auch schon eine Drohne. Wer schon länger dabei ist, wird es wissen. Das war der große Lenny. Der ist aber mittlerweile schon sechs Jahre alt. Hat auch, glaube ich, meinen Schaden von Luftfeuchtigkeit bekommen in Costa Rica. Und deswegen waren wir die letzten zwei Jahre ohne Drohne unterwegs. Das ist eine Drohne, die ist erstmal ultra klein. Jetzt kommt der Infoteil, dann gehe ich. Besonderheit der Drohne, sie ist mega klein. Und sie ist ultra leicht und sie ist so leicht, dass sie nur 249 Gramm wiegt. Wer sich ein bisschen auskennt mit Drohnen, der wird wissen, dass das so die magische Grenze ist. Ab 250 Gramm, also 1 Gramm mehr, gibt es in vielen Ländern mehr Regeln, an die man sich halten muss. In Deutschland und der EU braucht man einen Drohnenführerschein. Wenn sie 1 Gramm mehr wiegt, braucht man jetzt nicht. Generell ist es halt ein bisschen einfacher, damit unterwegs zu sein, allein schon wegen des Gewichts. Heißt aber nicht, dass man jetzt hier damit machen kann, was man will. Also ein paar Regeln muss man sich trotzdem noch halten. Wir haben die Drohne mit dem Paket gekauft, wo die große Fernbedienung dabei ist. Also tatsächlich ist die Fernbedienung größer als die Drohne. Eigentlich, die wiegt auch mehr als die Drohne. Aber das coole ist, an der Fernbedienung ist hier unten so ein Display dran. Früher musste man immer das Handy aufladen, die Fernbedienung aufladen, die Drohne aufladen. Und hier hat man einfach dann die Steuerung in der Hand und das Display ist da dran. Und das macht alles ein bisschen kompakter und gleichzeitig auch schneller in der Bedienung. Wann, wie und wofür nutzen wir die Drohne? Nicht nur für Video- und Vlogaufnahmen, sondern auch um Fotos zu machen, besonders für unseren Blog von Sehenswürdigkeiten, Landschaften. Auf Tasmanien war es zum Beispiel besonders praktisch, die Campingplätze von oben zu zeigen, mit was für einer Aussicht oder in welcher Landschaft die standen. Dann natürlich auch für Instagram-Videos und, klar, für den Vlog. Ja, ich glaube, ein Grund ist sehr obvious, um Sachen von oben zu zeigen und eine neue Perspektive reinzugeben. Aber wir versuchen schon darauf zu achten, dass das jetzt nicht so stumpf kommt. Ich sag mal, dass wir reinvloggen und plötzlich kommt eine Aufnahme von oben und dann geht's wieder zurück. Sondern wir versuchen so ein bisschen das in unseren Augen kreativ gut gemischt einzubinden. Zum Beispiel nutzen wir gerne die Drohne als Übergänge. Wenn wir zum Beispiel von A nach B gehen oder fahren, anstatt den Weg dann von unten zu filmen in 10 verschiedenen, 20 verschiedenen Perspektiven, ist es dann einfach, die Drohne einmal steigen zu lassen und einmal dann alles zu zeigen und dann ist es gleichzeitig ein schöner Übergang von A nach B. Oder von einer Situation in die nächste. Und dabei versuchen wir dann auch zwischendurch zu mischen, dass die Schnitte gut passen. Also wir versuchen, dass die Aufnahmen mit den verschiedensten Kameras, dass wir damit ein bisschen spielen und dass die ineinander greifen, anstatt separat für sich stehen. Also als Beispiel hier Tasmanien, dass wir hier den Strand gefilmt haben, dann ein paar Drohnenaufnahmen vom Strand gemacht haben und dann wussten wir, okay, wir werden jetzt weiterfahren, dann lass uns doch von oben filmen, wie wir alles zumachen, wie wir alles einräumen, einsteigen und dann von unten wieder die Aufnahmen machen. Und was ich persönlich am liebsten mag, ist das Revealen von besonders geilen Landschaften oder Unterkünften. Weil man muss sich einmal überlegen, als derjenige, der eine Kamera in der Hand hat, der entscheidet, was am Ende die Leute, die das Video sehen, wann sie es sehen, was sie sehen, wie viel sie davon sehen. Sondern versuchen wir halt manchmal so ein paar Spannungsmomente vielleicht mit reinzubringen oder bei besonders geilen Landschaften, wo wir denken, ey, die sind zu cool, um sie jetzt einfach zu zeigen, hier, das ist die Landschaft. Dann ist halt eine Drohne geil, um das so zu revealen, ganz langsam. Musik 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 Also wir versuchen einfach ein bisschen das so cool zu nutzen, kreativ zu nutzen und eine Drohne ist dafür unfassbar geil und wir müssen echt sagen, wir haben sie vermisst die letzten Jahre. Daniel fährt bei uns, fliegt bei uns immer die Drohne. Ich bin der Pilot. Und ich finde sogar, Daniel ist beim Film mit der Drohne so kreativ, weil er dann auch so mitdenkt, wie ein Schnitt von der Drohne auf den nächsten passen kann. Dankeschön. Und das macht dann mega Bock zu schneiden, weil für mich ist es immer eine Überraschung, was er dann da am Ende gefilmt hat. Übergebt mir die Speicherkarte und dann so, das ist ja geil. Aber es ist auch als Tipp generell, also am Ende ist nicht irgendwie die Krassheit der Drohne relevant, sondern tatsächlich auch, wie man damit umgeht und wie man damit fliegt. Und damit ist ein guter Übergang zu unserem Fazit von dem Video. So, keine Sorge, ich hole jetzt hier gar nicht weit aus, aber eine Sache ist uns besonders wichtig, am Ende von dem Video nochmal zu sagen, dass es am Ende nicht auf all das Equipment ankommt, sondern immer auf die Geschichte, die ihr erzählt und wie ihr die Geschichte erzählt. Also ihr braucht, wenn ihr jetzt startet, nicht das absolut krasseste Equipment zu haben, denn selbst die Leute, die das krasseste Equipment haben, können richtig schlecht sein, ein Video zu machen, was Leute bis zum Ende gucken werden. Und das sind dann die hochauflösendsten Aufnahmen, aber es holt einfach nicht ab. Deswegen ist immer für uns die Geschichte wichtiger als die krasseste Qualität in den Aufnahmen. Ein anderer Punkt ist noch, dass das, was wir euch jetzt alles gezeigt haben, ich hatte das vorab am Beginn des Videos schon gesagt, das ist nicht das beste Vlogging Equipment, was man aktuell 2023 kaufen kann. Es ist nicht das schlechteste, es ist unser Equipment, das ist das, was wir uns ausgesucht haben, was wir ein bisschen versucht haben, jetzt mit dem Video euch zu erklären, warum wir genau die Sachen ausgewählt haben. Der letzte Punkt, generell würden wir nicht empfehlen, wenn jemand startet, einfach direkt zu sagen, ich kaufe mir jetzt das krasseste Equipment oder all das, was wir jetzt hier vorgestellt haben, sondern starte erstmal mit dem, was du hast, guck, ob dir das Ganze Spaß macht und du kannst dir Step für Step immer noch die nächsten Schritte dazuholen, ein bisschen upgraden mit den Sachen, die Sachen ein bisschen besser kennenlernen und dann einfach gucken, was vielleicht für dich das beste Equipment ist. Und ich glaube, am Ende müssen wir ein bisschen ein kleines Bild zerbrechen von uns, weil wir merken manchmal in den DMs oder Fragen, die wir bekommen, dass viele denken, wir hätten so voll die Ahnung, technisch von der Kamera würden wir jedes Detail kennen, komplett alles im manuellen Modus oder so machen. Ja, machen wir nicht. Auch ein Tipp, was ich noch sagen wollte, man braucht nicht die krasseste Kamera eigentlich, weil man am Ende, wenn man sich nicht auskennt, holt man vielleicht 10% von 100% der Kamera richtig raus und auch ich würde sagen, dass wir, keine Ahnung, ich würde nicht sagen, dass wir 10% der Leistung nutzen, aber wir sind bei weitem nicht bei 100% angekommen. Die Videos, die machen wir immer einfach im Videomodus und manchmal stellen wir die Blende manuell ein, aber ansonsten ist alles automatisch, was hier gerade passiert. Und auch wenn wir Fotos machen, dann haben wir meistens immer einen Modus, wo wir auch nur die Blende einstellen und der Rest auch automatisch passiert. Also für die, die sich auskennen, wir filmen weder in einem Flat Color Profile, noch haben wir Raw Aufnahmen, das machen wir auch nicht. Wie auch schon im Video gesagt, wir machen unsere Kaufentscheidungen daran fest, an Punkten, die wir uns vorher festlegen, was ist uns wichtig, darauf gehen wir, dann gehen wir auch in die Tiefe, gucken uns Reviews an, wollen da wirklich was Vernünftiges haben, aber so alles andere drumherum, so Bit-Tiefe und weiß nicht, da sind wir jetzt nicht so die Pros drin und das muss man auch nicht sein, um zu starten oder um gute Videos zu machen. Ja. So in unseren Augen, ne? Wer Spaß daran hat, gerne, wir haben keinen Spaß daran, wir haben... Ne, muss man auch nicht. Ne. Also ernsthaft, muss man nicht. Eigentlich wollten wir jetzt am Ende vom Video noch ein Fact dranhängen, weil wir Fragen gesammelt haben bei Instagram, auch aus den letzten Kommentaren bei YouTube, haben uns jetzt aber entschieden, wir machen daraus ein zweites Video, also das kommt online, nachdem das Video online ist, dann werden wir das aufnehmen. Wäre sonst zu lang, haben wir gemeldet. Weil, ja, das wird bestimmt auch nochmal 10, 15 Minuten gehen, wenn wir die Fragen beantworten, dann könnt ihr das erstmal sacken lassen und wenn ihr noch, wenn noch Fragen offen sind, kommentiert die auch da drunter, vielleicht können wir die direkt mit ins nächste Video mit reinnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, Hammer. Outro Time. Ja, obwohl wir hier sind, das erklären wir irgendwann in einem anderen Vlog, ne? Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum nächsten Video, unser Kamera-Fack. Und zu unserem Discord-Server, zum Austausch mit anderen Reisenden, nicht nur mit uns. Auch über Kamera-Themen. Ja. Könnt ihr auch da machen. Ciao. Ciao.